Also wir haben jetzt einen Termin beim Chefredakteur und ja, ich hoffe er ist gut drauf. Guten Tag, hallo. Ja, was ist denn hier los? Hallo, 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 ist in eine neue Welt eingetreten. Und aus dem Nichts taucht Harald Schmidt auf, einfach in so einem Hangout, weißt du, einfach so plötzlich, ohne Ankündigung, einfach immer, ja, ja. Und das ist praktisch unsere Testumgebung, wo wir das alles heraustesten, was dann nachher im Fernsehen zu sehen ist. Und was ist das hier? Das ist ein Schaltplan von unserem Studio, wie die Wege sind. Ja, das sieht ziemlich kompliziert aus. Ja, auf den ersten Blick schon, aber da ist schon ein System dahinter. Ja, das ist einfach sehr. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Vielen Dank.